Unser Gast heute ist Silke Engel, die Geschäftsführerin der Flow Consulting GmbH. Mit ihr sprechen wir über die Themen Leading und Change. Liebe Frau Engel, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Und unser Thema ist heute das Leading und Change. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Sagen Sie, unsere Wirtschaft ist ja wirklich in einem ganz großen Transformationsprozess. Digitalisierung und die neuen Technologien prägen sozusagen die Arbeitswelt von morgen. Dementsprechend ist es natürlich wirklich wichtig für den zukünftigen Erfolg von Unternehmen, ein gutes und grandioses Change Management zu betreiben. Und darüber können Sie uns einiges erzählen. Was mich an erster Stelle interessieren würde, was sind denn so die größten Herausforderungen für die Führungskräfte während des Change Management Projektes? Also die erste und wichtigste Herausforderung ist zu sehen, wie komplex ist denn das, was ich da vor mir habe. Und das wird häufig unterschätzt und dann nehme ich das falsche Werkzeug. Und manche Führungskräfte denken, oh Gott, das ist so komplex, ich muss die Komplexität reduzieren. Aber das geht ja nicht, weil die ist ja einfach da. Also es ist komplex und fertig. Wenn ich das versuche zu reduzieren, passiert sogar eher das Gegenteil, es wird noch komplexer. Und das ist sozusagen was, wo ich hingucken muss. Also habe ich ein einfaches Vorhaben, ich sage mal, Firmenfassade neu streichen, das jährliche Sommerfest organisieren, ja, dann brauche ich nicht groß was Neues zu erfinden. Dann nehme ich mein Projektteam, setze das auf, mache meine üblichen Projektmanagementprozesse und ab dafür. Also los geht's. Wenn ich ein komplexes Vorhaben habe, dann habe ich meistens kein Vorbild, wie das schon mal gelungen ist. Das heißt, dann geht es darum, eine grobe Richtung vorzugeben. Sowas wie Richtung Polarstern segeln wir, aber eben nicht ganz konkrete Meilensteine. Und bis zum Sommer 2025 haben wir XYZ erreicht. Sondern geht es darum, eine Orientierung zu bieten und immer wieder das große Ganze im Blick zu haben. Gibt es links oder rechts vielleicht Gelegenheiten? Gibt es irgendwelche Hindernisse, die ich vorher nicht gesehen habe? Also eine ganz andere Art zu steuern. Und man braucht ganz andere Instrumente. Deswegen Komplexität einschätzen ist extrem wichtig, gerade zum Start. Und was bedeutet das dann für das Führen der Veränderung? Naja, also Schritt eins ist eben, dass ich bei diesem Komplexität einschätzen mich einfach nicht aufs Bauchgefühl verlasse. Weil ich könnte ja auch sagen, ja, Fassade streichen, für mich ist das irgendwie komplex. Sondern dass ich das wirklich fundiert angehe. Also wir haben bei Float zum Beispiel auf der Homepage haben wir eine Toolbox. Und da gibt es das Tool Good Approach. Und da kann ich mal mehr als Bauchgefühl da durchgehen. Wie komplex ist es eigentlich? Und was wird mir empfohlen? Soll ich agil, iterativ vorgehen? Oder soll ich einfach, also mit Projektmanagement-Tools vorgehen? Und gibt es so eine Art Best Practice bei der Umsetzung von Change-Projekten? Also Best Practice ist, weil wir uns mit komplexen Vorhaben beschäftigen, gibt es tatsächlich nicht, weil das lässt sich ja nicht wiederholen. Also wenn ich was Komplexes habe, dann kann ich das nicht genau so machen. Dann kann ich nicht sagen, das ist uns super gelungen und das ist die Blaupause fürs nächste Mal. Wir sprechen davon Good Practice. Also ich habe was, was ganz gut funktioniert hat. Ich nehme das, versuche das in einem neuen, veränderten Umfeld einzusetzen, zu justieren, intelligent zu adaptieren. Aber eben nicht ein Best Practice, sondern ich gucke einfach so, wie ich da vorgehe, quasi iterativ. Und wie lassen sich dann solche Veränderungen zum einen effizient und auf der anderen Seite auch agil gestalten? Da gibt es doch bestimmt ganz viele verschiedene Projektmanagement-Ansätze. Ja, also die erste Frage ist ja, ist Projektmanagement das Richtige, zumindest im klassisch verstandenen Sinne? Also wenn ich jetzt sage, ich gebe Ziele vor, ich plane Ressourcen, ich habe Meilensteine und so weiter, also ich habe dieses Handwerkszeug, dann ist das ja erstmal, muss man sagen, das Gegenteil von agiler Führung. Weil es ist ja alles klar und fest vorgegeben. Deswegen erstmal gucken, ist es das überhaupt? Also bei einfachen Vorhaben ja und bei komplexen Vorhaben ist es das eben nicht. Sondern da brauche ich wirklich ein anderes Vorgehen, was aber bitte nicht beliebig ist, weil agil wird häufig so mit, da macht man halt, was man so möchte. Also wichtig ist, dass man halt im Großen kann man sozusagen agil, iterativ, wir nennen es iterativ, vorgehen. Und im Kleinen habe ich aber Arbeitspakete und kurze Kommunikationsschleifen und vor allem bitte auch mit denen, die nachher betroffen sind vom Change, also die den Nutzen haben oder vielleicht auch den Schaden, wenn Dinge umgesetzt werden. Sie haben ja für das Management von Change-Projekten die Flow-Turn-Map entwickelt. Das würde mich mal interessieren. Was verbirgt sich dahinter? Ja, MAP sagt es ja schon ein bisschen, wir bieten Orientierung. Also wir haben eine Orientierung im Change und gerade bei komplexen Vorhaben. Wenn ich ein einfaches habe, ist es ein super Phasenmodell. Wir zweifeln bei komplexen, nee, wir zweifeln es nicht an, wir sind uns sicher, bei komplexen Vorhaben funktionieren Phasenmodelle nicht. Der Change ist nicht irgendwann fertig und dann geht es sozusagen, dann ist alles wieder von Anfang an und wir starten wieder von Neuem, sondern es wird weiter verändert. Bei einfachen Vorhaben ist die Turn-Map sozusagen ein Phasenmodell. Also ich habe als erste Phase Unklarheiten, die ich abbauen muss. Zweite Phase ist dann, dass ich für Akzeptanz werben muss, also ich muss Akzeptanz erreichen. Die dritte Phase, ich muss wirksam werden, also ich muss Wirksamkeit erzeugen, es muss was spürbar sein in der Organisation. Und die vierte Phase ist dann die, die auch gerne vergessen wird, ich muss Routinen etablieren, weil sonst bleibt es nicht dabei. Und wenn ich jetzt aber von dem Einfachen weggehe und zu unserem Alltagsgeschäft gehören eher komplexe Change-Vorhaben, dann ist es wirklich eine Orientierung, wo ich gucke, in welcher Phase bin ich denn gerade. Ich konzentriere mich auf die, also meinetwegen Akzeptanz erreichen. Und in dieser Phase arbeite ich nach Projektmanagement und so weiter, Zielvorgaben etc. Und wenn ich damit fertig bin, gucke ich, und was steht mir als nächstes an? Und das weiß man vorher nicht, man kann es nicht planen. Also die Phasen sind dann, quasi können sich abwechselnd in jeglicher Reihenfolge. Können Sie uns nochmal die vier Themen der Flow-Turn-Mappen nochmal so richtig durchführen? Ja, total gerne. Also zum einen kann ich einladen, wir haben das auf der Homepage sehr schön, wir sagen mit so einer Art Erklärbär dargestellt. Und da gibt es auch einen Change-Navigator, da kann ich bei meinem eigenen Vorhaben gucken, wo stehe ich denn da. Also ich mache es mal nach alphabetischer Reihenfolge, weil ich habe ja gerade gesagt, es gibt keine festgelegte Reihenfolge. Deswegen mache ich mal, irgendeine Reihenfolge brauchen wir ja. Fangen wir aber an. Das wäre Akzeptanz erreichen. Da gucke ich, dass ich genügend Mitstreiterinnen und Mitstreiter finde, dass ich Menschen finde, die verstehen, wozu machen wir das, was ist der Zweck, was ist der Nutzen und dafür werbe sozusagen, dass möglichst viele auch mitgehen. Das ist Akzeptanz erreichen, eine Phase. So, jetzt muss ich alphabetisch kurz überlegen. Dann haben wir die Routinen etablieren. Da kommt schon das R nach dem A. Ja, das ist was, wo ich gucken muss, dass ich wirklich Verhalten, das ja eingeschliffen war, in andere Routinen überführe. Und jeder, der es schon mal versucht hat, weiß, wie schwierig das ist. Also ich brauche sozusagen Anreizsysteme. Ich brauche was. Warum sollte ich nicht mehr die Papierablage machen, wenn die doch einfacher ist? Ich brauche sozusagen entweder eine Unmöglichmachung der Papierablage, dann mache ich das, oder irgendwas, was mich positiv anspricht, weshalb ich meine Routine verändere. Das ist die zweite Phase. Die dritte nach dem Alphabet, da kommt dann U vor W, genau, die Unklarheiten. Unklarheiten abbauen heißt, welche Zahlen, Daten, Fakten brauche ich? Wer ist denn noch beteiligt? Also ich muss alles klären, was irgendwie nicht so ganz, was eben nicht klar ist. Also es sagt ja der Name, Unklarheiten abbauen. Da gibt es dann auch verschiedene Fragen, die man sich stellt in diesen Phasen. Und dann haben wir noch die Phase W, das wäre dann das letzte im Alphabet, die Wirksamkeit erzeugen. Das ist sowas wie, ich bringe das auf die Straße. Also ich mache Pilotprojekte beispielsweise, mit denen ich Wirksamkeit, ich probiere was aus in der Praxis, gucke, wie die Effekte sind und so. Das ist Wirksamkeit. Und das sind unsere vier Phasen. Und es ist nicht beliebig, sondern ich konzentriere mich grundsätzlich auf eine Phase. Im Großen sozusagen habe ich alle Möglichkeiten und im Kleinen in einer Phase muss es möglich sein, auch mal strukturiert Dinge abzuarbeiten, fertig zu werden und dann wieder Zoom auf und dann gucke ich wieder, welche Phase ist denn jetzt dran. Also mit der Flow Turn Map kann ein Change Projekt nicht schief gehen. Das weiß ich jetzt und ich freue mich, wenn Sie uns ganz, ganz bald wieder besuchen kommen. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank.